ja leute was geht und es geht weiter hier mit let's play yakuza 0 mit minimpirus wir müssen hier hin ich glaube was wir machen müssen aber was wir machen okay er stimmt wir kann nicht prügeln künstlich prügeln ist ja voll komisch also von damit mit kasu wird mit kirio eingespielt oder der konnte ich prügeln dabei da gab es kein morgen mehr oder der hier ja oh gott geht es jetzt zur sache ist jetzt im auge passiert oder ist er war ein geburtsfehler bei ihm kann ja auch sein das was kammer her mats musik sosta kuchara de oma chikasai よろしければ on me schismana so naikis kan de ene nonbili machima zua Das war's für heute. 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 Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Das ist gut. Nur, dass ihr und wir sind ein Rival. Wenn wir heute machen, dann können wir das. Wir werden uns auch in der Zeit gewinnen. Wir werden uns nicht vorbereitet. Das ist gut. Das war's für heute. Was ist das wirklich? Ja, das ist alles gut. Wie ist das immer so? Es gibt so viele Dinge. Ich werde mich über die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit erzählen. Entschuldigung! Das war's! er merkt auch nichts mehr ist hier und das ausgeben aber noch mal spaß machen kommen warum das so ein langer arbeitstag karoche sehr schön und so viel geld haben wir gar nicht ja 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 Oh, also! Warum ist das denn so gemacht? Oh mein Gott, mal gucken wie das läuft. Oh Gott, das Ding ist so eine Konservationsarbeit, ne? Oh Gott, das Ding ist so eine Konservationsarbeit. Oh Gott, das Ding ist so eine Konservationsarbeit. aber das ist gut bin ich nicht okay das ist das unten und oben und kreuz und quer ist das habe ich ein bisschen oh pretend yourself mm-hmm Ah, das ist Trader. Ah, ne, die Schlöte will ich nicht. Wir sind die Yakuza. Wir müssen, obwohl sind wir ja gar nicht. Stimmt. Wir sind die Yakuza mehr. Wir wollen da ja wieder rein. Was witzig, weiß du? Kirio ist raus. Und er will wieder rein. Obwohl ich gespannt bin, was seine Geschichte sein wird. Also klar, wenn jetzt Manager und sowas habe ich jetzt schon. Okay. Aber so im Genaum, ne? Und auch wie die nachher zusammenpassen. Denn ich kenne die Reihen. Ich weiß jetzt auch irgendwie, der Spiel war auch einander teilen, wo ich eine Rolle weiteres jetzt gesehen habe. Also, ne? Ähm, äh, ja. Ich kenne mal die Gasse. Weißt du, der Kirio ja durchgehen wird auf die Fresse bekommen. Hm? Und nur so, genau, was du gehen. Tut, 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 tut. Okay, da kann ich nicht hin, komischerweise. Da unten, warum auch immer. Club Venus. Was? Und das ist denn hier? Ah, hier ist schon die Spielstunde, ich spüle, halt. Hä? Hä? oh 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 widerstehen ich sage im anzug gewinnt oh 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 joh oder was drauf oh 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 ja das habe ich auch nicht gesehen der war ja der ist ja naja gut wenn man wenn man talentiert dann besser ist ja es wird auch zu vorschlagen vor sogar ja auch von dem vermöbel werden nacko maggie um 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 Das war's für heute. Das war's. 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 ich wollte nicht überspringen sehr schön danke also kloppen wir den kriegen wir allen vorgestellt finde ich gut super von Freundschaften und 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 und